Genießt die heutige Narrenschau, bedankt euch mit viel Applaus und Hellau. Denn was ihr hier seht, wird euch sicher entzücke, live und in Farbe und nicht mit der Fernbedienung wegzudrücke. Ja, ich bin kein Ass und schon gar nicht am Bau. Darum ruf ich euch zu. Kleinen Arm. Hellau. 1. KG. Hellau. Wir haben jetzt Sexualkunde. Da erforschen wir heute den weiblichen Körper. Oh, bist du schon aufgeregt? Nee, ich hab gestern schon bei der Karo ein bisschen vorgelernt. Ich find die Welt trotz allem nicht grau. Vielleicht find ich auch bald ein Thema. Klang am Hellau. Was dir gefällt, na 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 na, die ganze Welt, na 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 na. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meinst, du dir lieber Zähl. Kein Bock auf den dummen Schmuss, schützt ihr Ausrüst ein Reim. Dann rat ich euch, geht doch nach Steinheim. 22.35 Uhr, gute Nacht. Ah, meine Scheißfrau, Fatsching ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Ich bin Inka Bause und begrüße Sie zu. Der Name? Bauer sucht Frau. Wind, Nord-Ost, Schabann 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Fall zieht sie vorbei. Und es römt in meinen Ohren. Und sehen, dass er es verlebt. Wie ein Schleierstab der Regen. Wie ein Schleierstab der Regen. Und sie schwebt der Sonne entgegen. Und dazu noch ein Wort zu sagen. Wer Wasser in dem Mord getragen. Hello.